Was sehe ich als ein eher bullisches Argument? Ich möchte mal kurz sagen, was ich eher als ein bullisches Argument sehe. Und dann sage ich, was ich persönlich machen werde. Und nochmal, ich bin kein Krypto-Experte. Alle Informationen, die ich mir hole, sind von Krypto-Multimillionären, von Krypto-Insidern. Aber ich persönlich bezeichne mich als Unternehmer und nicht als Krypto-Investment-Experte. Und ich sage nur, was ich mache, ich sage nicht, was ihr machen sollt. Also was sehe ich als eher bullisch für den Krypto-Markt? Erstens, NFTs und Metaverse. Also NFTs und Metaverse sehe ich als zwei sehr bullische Dinge, weil das Metaverse wird höchstwahrscheinlich kommen. Gaming-Metaverse wird kommen. NFTs fängt ja gerade erst an. Das heißt, ich sehe es langfristig, langfristig sehe ich es auf jeden Fall alles bullisch. Also ich glaube absolut nicht, dass Bitcoin auf Null geht. Ich sehe das Ganze langfristig auf jeden Fall bullisch. ... Vielen Dank.